Die Tele-Club-Cinema-Blockbuster. Guten Morgen, Daddy! Im Oktober. Heilige Mutter Gottes. Ein Himmelfahrtskommando im Krieg der Sterne. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Rogue One. A Star Wars Story. Sie sind klein, bunt, schrill und versprungen meistens gute Laune. Bitte mach mich glücklich, Prinzessin Poppy. Cupcake? Trolls. Im Tiefschlaf auf einer jahredauernden Reise. Plötzlich wachen ein Mann und eine Frau zu früh auf. Was? Ist das dein Ernst? Passengers. Sie schützt die Menschen vor unbekannten, furchterregenden Kreaturen. Hast du hier etwas Vergleichbares gesehen? The Great Wall. Vin Diesel erneut als Adrenalinsüchtiger Geheimagent. Heilige Scheiße. Was man nicht alles für seinem Land tut. Triple X. Die Rückkehr des Xander Cage. Schon mal gesehen? Ist ein Film. Sehen Sie die neuesten Filme zuerst. Hörst du das? Im Oktober auf Teleclub Cinema. Wow.